Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, Willkommen zurück zu TDFLP Deutsche Dinge am Start, wir spielen wieder, wir spielen jetzt die nächste Mission von Sniper Elite V2 Rupert ist auch dabei Und der Rupert ist auch dabei, natürlich Well done, well done Well done, Steak Well done, Steak Ja, und jetzt, wir müssen den jetzt retten Also wir gehen da jetzt hin Den Schweiger Wir können, wow, wir können sogar eine andere Sniper jetzt wählen Ach echt? Also entweder die russische oder die amerikanische Ach, ich bin schon im Arsch, ich kann das nicht mehr Weil ich schon ready gemacht habe Ach egal Geil, komm ready, go Shit Fakt ist, sowieso alles scheißegal, weil ich hier sowieso nix wieder so machen, wie wir es machen sollen Ach, ich dachte schon, ich bin alleine Das sieht so aus Oh, hier sind auch wieder was mit dem Sound Ja gut, machst du längst, ich mach rechts Warte, da kann noch einer Frech Boah, ich glaube, man könnte ein Double machen Boah, ich hätte einen Double machen Welchen denn? Also mach einfach Ja ne, ich muss das mit dem Sound aber haben Aber vorbei ist scheißegal, ne? Aber ich kann jetzt echt keinen Double machen Auch nicht Wohl? Oh, jetzt Habe ich den mitgenommen? Ja Fuck, ich hab, ich hab, ich hab, ich hätte sowas gesagt Ja, ich hab da einfach die Situation genutzt Ja, ich hab da einfach die Situation genutzt Da kommt noch einer In dem Auto Oh, zwei Ich hab beide getroffen Ich hab beide daneben geschossen An dem hab ich dann schnell ins Auto gezpiebelt Ha 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 Wir steh mal hier lang, hier ist ein rotes Tor offen Ja ja Ich bin jetzt so. Ich bin jetzt so. Ich bin jetzt so. Was ist mit auf dich geschossen? Ja, also wurde Ah ja, ich sehe Ich sehe jemand drin im Haus Du musst es mal Oh fuck Weil ich war auf der Seite, die sind nach vorne gelaufen, wollten mich zwiebeln Haben mich gezwiebeln und Kann ich hier irgendwie raus? Will ich Fensterspringen oder so? Oh fuck, nee Kann ich außen rum Hört sich, aber das ist doch dumm, dass man nicht gepuppen kann oder so Ist du in ein Haus reingegangen oder? Nein, ich stehe, ich sitze hier auf der Veranda und esse mein Eis Ach so, da Okay Du darfst ja noch ins Haus rein, wo ich war Deck mich! Ja, womit? Deinem Körper Mach ich doch schon Weg hier! So So Watz 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 Wir sind ja nicht mehr richtig viele Gangsters Wir sind ja nicht mehr richtig viele Gangsters Ach da laufen immer wieder welche, das gibt's doch nicht oh man kann nicht die wände schießen unrealistisch super unrealistisch du bist so wie geil du getorkelt bist gerade mv-s-tropfen Oh, ich bin so viel verkonzentriert gerade. Okay. Der zieht frei aus, oder? Nee. Irgendwo muss nur einer, außer du hast ihn ausgeschaltet, aber... Sniper irgendwo, da wurde gerade eben geschossen. Ja, auf mich wurde auch geschossen. Nicht auf mich, nur auf dich muss geschossen sein worden. Auf mich auch, der ist auf dir zu. Seid ihr mit dir? Gut? Ja, ja, den habe ich. Keine Ahnung, ich lebe nur einen, aber ich weiß es nicht. Sehe keinen. Oh, nee. Okay, kann man jetzt hier nicht rüber, oder? Alles clear. Alles gut. Ja, irgendwie viel still. Das war jetzt... Ich war gerade maximal verwirrt. Ich hätte nicht damit gedacht, dass sie runterkommen, diese... Ich dachte auch, es war eigentlich clear. Das Spiel hat echt schon ein paar... Ich weiß nicht. Pricing Moments. Ja, es ist schon echt auch ein bisschen... Ach, diese... Die Treppensteig-Animation. Es ist schon hart gescriptet alles. Also du hast eigentlich keine Variation, irgendwie was anderes zu machen. Das gab es ja damals auch nicht, so. Also, früher. Oh, Goldbarren! Ja. Also, wenn du Splittercell gespielt hast, dann konntest du schon andere Sachen machen. Also du musstest zwar immer den... Fast denselben... Ah, nein, du hattest immer einen anderen Weg eigentlich, den du gehen konntest. Ja, du konntest halt den offensiven oder den... Den Stealthy-mäßig... Den Schleichen-Weg da. Dann den da irgendwo, dann hattest du noch deine Gadgets und so ein Scheiß. Das war schon anders. Und hier ist ja einfach nur... Ja, du bist einfach da. Ja. So, schluss. Hast du noch was übrig gelassen? Na, also. Of course, of course. Dieses Treppensteigen ist so geil. Swigity's Uri, I'm coming for that Uri. Erster! Okay, ich bleib hier? Oder brauchst du mich da? Du musst schon nach vorne kommen, das kannst du nicht mehr machen. Achso, die. Ähm, herrlich. Was ist da jetzt? Wir müssen den retten, ne? Ist das dieser Schweiger? Ich glaube schon. Ja. Sieht zumindest so aus. Hier, hier auch eben. Okay, knallst du den Offizier ab, oder? Ähm, ich sehe ihn nicht mal. Kommen wir den Offizier ab. Oh, no. Das sah sehr schön aus. Na, also. Wir müssen den jetzt decken. Ja, ich glaube, wir müssen den decken jetzt. Wir schauen. Oh. Wir müssen den decken jetzt richtig so gut gehen. Der liegt ja wunderschön. Okay. Der liegt ja wunderschön. Der liegt ja wunderschön. Oh. Oh. Woher kommt denn her? Lol. Durch seinen Boden, seinen Sack. Oh, das war... Oh du s**t, leppert mich. Oh, da. Jungs wir waren das, ich bin richtig gut gerade drauf. Der war genau in hell. Gut den einen krieg ich nicht. Da oben ist noch einer. Lass ihn, lass ihn. Was, wer, wo, ich versteh gar nicht. Der und? Da, wo Schweiger davor steht, da liegt noch einer. Okay, tot. Ja, der ist tot. Man schaut, dass er einfach an der Straße hier lang läuft. Ja, der ist halt, der ist jetzt in Kiel eigentlich. Warte, der da ist. Die Tür ist auf, klar. Der ist auf jeden Fall weg. Oh, nicht heilen. Ich glaube, das wird fehl, wenn man so eine Kugel im Kopf kriegt. Pizze vielleicht ganz kurz. Ich weiß nicht, merkst du das überhaupt, wenn du so eine richtige dicke Sniper in die Kette kriegst? Das ist doch... bist du doch... Bist du doch... ...gepeint fürs Leben? Ach, da oben ist ein Sniper. Was... Was... ... ... ... Unten am Umfer. Ich seh nix. ... Da ist noch ein Sniper Was ist denn der Spast? Der läuft hier unter uns Dann jetzt zu uns Dann los Werte gleich kaum ein Panzer oder sowas Ziel erreicht Weil dann Objektiv Was müssen wir jetzt mal Da runter Hm wir brauchen jetzt voll den Umweg Echt? War es so ein Umweg? Ja wir hätten einfach Oh hat schon gut Die Roben kommen Halte sie auf Ich komme nicht Aber Halte sie auf Wenn nicht Sind wir beide tot Okay wir müssen die Roben aufbauen Ja nicht wie Deutsch eingeschwilen Halte deine Position Okay Sollen wir da jetzt hoch gehen oder sollen wir jetzt die Position gehen? Doch wir sollen hoch ja Mal verwirrt wie das Spiel ist So Ich weiß nicht was das Spiel von mir will Ja wir müssen uns wieder hart hinlegen Legst du dich denn hin? C halten C halten Okay Ja gut wir sind hier Ach da kommt irgendwas Ach da kommt irgendwas Ach da kommt irgendwas Ja klar die Typen scheinbar nicht Ist das die Spezialeinheit von denen? Draußen ne? Sieht so anders aus Alter Ich glaube ich bin sehr Ich glaube ich bin sehr Ey was heißt Speziale? Heißt das denn einfach nur Russen? Für uns ja Leute Ah deswegen The Reds Ich muss zu einfach nur Russen Ah stimmt So mit Headshots geben Ist jetzt wenig ne? Irgendwie gar nicht Jetzt habe ich mal eingekriegt Was? Den Inside Hörst du die Maul Was? Inside? Nein Ich weiß nicht Inside hat er irgendwie gesagt Oh die kommen hier rein Der sieht von hinten Klar er geht einfach raus Wie ein Mann Boah durch die Lunge Der hat jetzt glaube ich Astle Boah das war ein geiler Kick Boah die Lunge laufen so geil 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 Kippe hoch Aber hinten sollte glaube ich erst mal nichts mehr kommen Ich weiß ja Man hat nichts mehr Es gibt so viele! Nicht? Wo? Ah... Ich bin gerade hinter der Stand, glaube ich. Wann in dem? Kopf los! Das ist unser Objective, hold your position. Ja gut. Wir holden, all right. Ich weiß jetzt nicht, ob ich meine Solle Vita trinken kann. Ich probier's einfach mal. Hinter uns! Oh fuck! Ah! Der hat aber lange gebrochen. Vorerst waren wir. In Sicherheit. Danke fürs Retten. Aber ich befürchte es war... Zeitverschwindung. Wolf hat einen Plan. V2-Raketen. Tabun. Tabun? Wo ist das? Es ist kein... kein Ort. Was ist es dann? Was ist Tabun? Was ist das? Gib mir nur eine. Ja. Die Info über Schweiger war inkorrekt. Ich fragte mich, worin wir uns noch geirrt hatten. Oder was wir nicht wussten. Vitarun. Was zum Teufel war das? Und worin bestand Wolfs Plan? Oh, Wolf. Wolf war die Mission, wo die war aber sehr kurz. War aber mit sehr vielen Shots und so. Sehr viele Kills. Also ich hab sehr viele Shots gewastet. Jo. Sehr schlecht. Oh, das hab ich den longen Shot gemacht. Oh, mit einem Meter mehr. Auch mit einem Meter. Toll. Komm. Ja. Da los. Okay. Schweiger ist tot. Das war doch Schweiger, ne? Ja. Was ist Tabun? Tabun? Stimmt. Achja, wenn das Spiel jetzt zu leise war. Die Sequenzen. Ich will das gleich einstellen, dass das lauter ist. Weil... Weil das halt sehr leise war. Achso, deswegen. Genau. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und nächstes Mal finden wir heraus, was... Tampon ist. Ja, wahrscheinlich. Der war geil. Der hat mir gut gefallen. Okay. Hat Rani über geilen Pelikaner. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ich bin draußen.